hallo ihr lieben herzlich willkommen zurück hier zu icarus okay so wie ihr sehen könnt ich habe über das wochenende ein kleines bisschen spielen können ich habe ein bisschen zeit genommen ich habe den turm ein bisschen umgebaut wir gucken uns mal ganz kurz an also der ist noch der ist noch gar nicht fertig da finden wir noch material über materialien aber das hier ist im grunde genommen das untergeschoss und dann gehen wir hier hoch dann haben wir hier eine art treppenhaus gehen kann wird noch beleuchtet und ich bin auf einer plattform acht windräder aufgestellt die dann hier umdrehen und dann geht es natürlich stück für stück hoch den turm musste ich ein bisschen wegnehmen weil das windrad ja da dadurch nicht ging musste noch versetzen aber das werde ich wahrscheinlich auch wenn offline tun weil also den turm habe ich mir gedacht den kann ich offline machen weil das haben wir ja schon zusammen gehabt bei den turm aufgebaut der ist einfach nur größer geworden aber da haben wir auch einen kommentar bekommen den würde ich gerne vorlesen und zwar schreibt er ck meinst du dass du mit dem strom den moment erzeugt nicht ausreicht hast du mal alle deine verbraucher zusammengezählt und auch alle deine erzeuger von solar halte ich nicht so viel wegen flatter strom willst du alle deiner erzeuger in reihe schalten oder wie ich habe auf meiner basis alles kreuz und quer von stromerzeuger will auch noch ordnung reinbringen ja also ich denke schon dass es ausreichend wird ich bin jetzt noch nicht ins bedrängnis gekommen aber ich habe lieber mehr als ich brauche weil er hier später auch noch straßenlaternen kommen klar der ganze zeug braucht nicht viel strom aber ich finde es einfach ein bisschen cooler da kann man einfach echt was machen und da unten im erdgeschoss kommen wir denn später diese batterieteile die den speicherstriff stemmen ja aufsaugen und von solar habe ich halte ich auch nichts für halte ich persönlich momentan auch nicht viel von wegen diesem stadt strom weil du tagsüber strom hast brauchst aber eigentlich gerade wegen den lampen ja gerade nachts ja strom deswegen ja windräder aber diesen solar möchte ich halt aufbauen weil wenn dann die batterien kommen dann haben auch die solar panelen wieder ihren sinn weil damit tagsüber gut gespeichert nachts kannst du gut arbeiten deswegen einfach und ja ich will die alle in reihe schalten also nicht hier mal bald pardar da ein paar dort die gehen alle denn da rein und kommen hier unten raus und dann werden sie hier an die einzelnen stationen verteilt da ich hier unter den gehwegen so habe ich das zumindest mal geplant aber ja wie gesagt ich denke mal der strom der erreicht aus den ich habe also gut machen wir weiter ich habe auch ein bisschen stimmt hier meine plattform wie ihr sehen könnt ich habe hier die ganzen fundamente jetzt mal gelegt und ich habe mal das alte haus komplett abgerissen einfach mal komplett weg so tust du gucken weg mit ihm und dann passt das bestehen ist momentan frei hier wir haben aber hier wasser die haben essen drin auch wenn es momentan eher kartoffeln sind aber was man hat hat man ihr kriegt auch noch einen vernünftigen teil definitiv aber wie gesagt den strom turm den mache ich jetzt mittlerweile offline weil den haben wir schon zusammen gemacht das macht man nicht mal zusammen den ihr seht es ja wieder denn da aussitzen größer geworden und ich finde es ganz toll dass man hat in der mitte eine art ja treppen nach oben und dann außen herum ganze strom aber jetzt machen wir lange rede kurzer sinn wir machen jetzt das gewächshaus fertig das würde ich nämlich ganz gerne tun habe hier schon mal oben und so vorgelegt die sind alle bewässert in der zwischenzeit wo ich ja gebaut habe waren die bienen sehr sehr fleißig es sind keine bienen mehr da aber guck dir das an was ich hier an an ich kann rausbekommen habe haben aber so aber nichtsdestotrotz wir brauchen erstmal das braucht das ja dass die böden brauche ich ich brauchte alles habe hier nämlich so mein plan und zwar machen wir jetzt erstmal platziere ich mir hier erst meine treppe ja wenn ich das da war da war genau das möchte ich nämlich zweistöckig machen so gut gucken wir mal dass wir hier das gewächshaus heute fertig machen können dann können wir nämlich als nächsten stritt dann tatsächlich dies das wirkt ausmachen und dann ist es echt cool jetzt platzieren wir erst mal die weiteren gläser moment halt damit ich da nicht durch den titel kommen das muss ja auch nach oben gemacht werden sonst hält das ja gar nicht wo ich mal kurz schauen war hier jetzt sehen wir das nicht mal in den ecken jetzt können wir nämlich auch ganz normal die wände wir klatschen ja ok zack zack es ist ein kleines stückchen größer als das alte aber ich glaube das ist denke ich mal einfach kein problem ich brauchte mal so ein wenig der stabilität ja auch deswegen sind die sind die ja hier und dann ne oder doch nee nähst da noch ein höher und so gel richtig und dann wollte ihr das so an den deswegen habe ich ja hier so acht stück habe ich noch warum man mal gucken da noch dann haben wir hier alles geschlossen es hält wunderbar so das glaseck teil naja doch gleich mal richtig spielst du ein sturm kommt ja wie gut dass sie gleich schon den deckel drauf habe eine hagel sturm warte mal ja doch doch passt passt wunderbar so ein kleines bisschen vorbereitet gell so hier noch die länder dürfen wir nicht vergessen ok wie viel habe ich hier ich habe hier vielleicht mal 1 und dann hier schauen wir mal schauen wir mal machen wir mal da den da und dann geht rüber passt doch oder das passt wie arsch auf einmal gut da habe ich jetzt keine dann mache ich jetzt ganz einfach das ziehe ich jetzt einfach mal hier rüber das war jetzt zu weit na ja nicht dass es da hinten aus der wand wir raus geht aber lassen doch ganz gut das ist doch ganz okay ja ziehen wir mal genau jetzt haben wir hier ja gute beleuchtung haben wir hier eine gute beleuchtung ok gut nichtsdestotrotz ja 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 stimmt hier wollte ich ja auch lampen hängen da muss ich nur mal gucken weil da oben wäre zu hoch wäre zu hoch deswegen habe ich hier glaube ich auch diese holzbalken können damit denn hier übergezogen werden und dann kann ich daran so genau und daran keine mit an die lampen setzen dann wäre hier passend in mitte und hier noch mal ein lämpchen ok gut dann ziehen wir das machen machen wir heute das gewächshaus fertig so und dann müssen wir da einmal darüber perfekt was wird denn auch heute noch ein pflanzen hier haben wir meine warte mal essen meine beete und zwar in die kaputt so gehen die kaputt und da auch aber es ist doch über dach dahin auch wieso hat das das doch dach drauf doch alles geschlossen also hier dürfte eigentlich gar nichts passieren das ist jetzt ein bisschen verwunderlich ok ich muss aber ganz ehrlich sagen ich habe noch nie ein gewächshaus zweistöckig gemacht und dann mit dem holzboden weil eigentlich alles okay falls jemand eine erklärung dafür hätte gerne her damit ich habe gerade ehrlich gesagt nicht weil es ist überdacht deswegen wunderts mich gerade ein bisschen ich muss nur mal gucken wie ich das mit dem wasseranschluss gemacht aber wahrscheinlich von unten unten an die decke ran kleben würde ich jetzt mal behaupten 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 raste doch mal richtig ein hier ja genau da will ich drin haben und nicht irgendwo anders was schön ich finde das ist wieder schön geworden es gefällt mir ich glaube wenn ich dann irgendwann geschafft habe den energieturm wieder aufgebaut wird auch wieder meine missionstafel stehen und dann werden wir mal gucken dass wir auch mal wieder eine mission machen und den kaiser wollte ich auch noch machen das ist noch so viel zu tun genau ja ja hier unten von der decke einfach nur wahrscheinlich das ist nicht das wird ungefähr liegen weil dann doch er da und dann verteilen nicht jetzt hier das heißt aber auch für mich erstmal ja gut also hier oben ist jetzt nicht ganz so intelligent hat eine andere idee und zwar schieben wir den mal erstmal so und dann kommt der mal hier unten drunter hier geht's noch weil ich hier ziemlich nah dran bin von der treppe da habe ich auch schon eine idee genau ok immer rüber ich will ja an pflanzen heute noch so das wird dann mal hierhin gesteckt geht doch nicht geht doch nicht wie ich dachte weißt du da einfach einen boden rausnehmen aber das liegt ja da drunter ne da muss ich einfach kurz mal hin und her laufen oder muss ich das einfach mal hin und her laufen da 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 ja der machtchoweit schon großartig ein gewächshaus zweistöckig ne das haben wir jetzt auch ganz schnell erledigt und dann können wir einpflanzen und hier können sie dann tatsächlich auch die ganze zeit durch arbeiten dennoch ich hoffe ich habe auch genug wasser also ich habe mittlerweile zwei wasserpumpen da stehen das sollte eigentlich ganz gut ausreichend theoretisch ok da noch haben wir das auch gleich geschafft auch bei dem mache ich das jetzt einfach mal so da ist einfach weil mit anschließend auch wenn das nicht so toll aussieht da kommen wir das nämlich immer wieder so ein nubbel der da rauskommt aber dann hätten wir das auch entsprechend fertig alles voller wasser nur alles der letzte noch der letzte noch alles klar gut dann holen wir mal eine saat raus ob ich meine saat nicht hier ach so ja und dementsprechend habe ich natürlich auch ein bisschen aufgeräumt ich habe hier drin keine lagereinheiten mehr habe jetzt hier das war nicht genau hier sind noch mal die bienkönige das sind die holzdinger also was ich auf jeden fall vor habe ist hier oben komplett weizen wir wissen alle ich brauche meine nahrung sehr viel sehr viel brote und gebäck deswegen würde ich das hier einfach hier oben machen und ich glaube mit weizen wenn das viel weizen übrig bleibt kann ich dann eventuell auch die kriere wird dann beziehungsweise die samen die richtige saat ja machen und guck dir mal an was da jetzt durch das gewächshaus und die bienen und hast du nicht gesehen was da alles drauf ist ich glaube die bienen werden auch gar nicht angezeigt weil da gerade nichts ist genau die bienen werden auch gar nicht mit angezeigt okay also dann brauche ich noch hefesamen ich mache jetzt mal was hatte ich gehabt zwei hefe das reicht glaube ich wasser melonen hatten wir auch nicht viele waren auch glaube ich zwei stück denn tomaten die machen wir hier vorne hin ja die erdbeeren brauchen wir auch nicht gut die karotten kartoffeln lilien samen lilien samen möchte ich gerne mal jemand machen damit mache ich nämlich meine heilungs dinge so karotten und kartoffeln fehlen jetzt noch einfach mal nach mehr karotten und da machen wir doch mal kartoffeln rein geil wäre das nämlich erledigt ja richtig cool so hier haben wir noch das genau da machen wir hier in der mitte mal die saat alles rein und dann würde ich gerne ich habe hier so viel honeycomb zum beispiel die bienenteile lassen wir mal gucken mit dem bienenteil bin ich noch nicht wirklich biene 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 kommt abgang 2 ja honeycomb mörser und stösel ohne ich und biene wachs ok also der biene stock und dann die nächste erweiterung honeycomb das holz das aluminium und stahlstaub und das wird dann gemacht wo bearbeitungsberg bank also ich muss erstmal an ich brauche edelt das da schrauben immer stahlschrauben und aluminium die aluminium machen noch mal mit halt das veredelte holz hier drin und hier sieht man jetzt bienenwachs und honig da das wollte ich auch mal wieder mal wieder was machen lassen hier habe ich schon angefangen mit die mauer zu versetzen bin aber noch nicht fertig ist hier noch offenes freies feld aber das wird auch werden okay wo bist du da bist du meine bienenstock erweiterung und da ist dann bienenstock zuchtzentrum 16 platinblecher und 20 bienenwachs ach so was ich noch sagen wollte ganz vergessen ich habe mir auch mal die mühe gemacht sämtliche ressourcen mit einem bohrer zu bestücken also hier oben habe ich noch was da habe ich eisen und schwefel hier ist das silizium und ganz unten ist kohle kohle ist verdammt weit weg das einzige was ich hier in dem wald nicht bekommen habe ist leider platin das habe ich jetzt hier bei mir leider nirgends wo bekommen aber jetzt machen wir mal die erste erweiterung aber ich wollte mal kurz gucken das zuchtzentrum hatte und zwar 20 bienenwachs und 16 platinbleche oh ja platin muss ich gleich mal kurz gucken ob wir da noch was haben 20 bienenwachs und latin oh ja dann machen wir das brauchbar müssen wir hier mal ganz kurz die haben wir mal also okay sind 20 warum noch ein bisschen mehr honig raus na und dann können wir jetzt schon mal das erste ding machen geil hier ist zehn prozent ressourcenkosten für energieumwandlung plus ex allgemeines slot richtig cool und es ist sogar mit draufgepackt worden also hat sich sogar vergrößert dadurch gucken wir mal vielleicht können wir noch das zuchtzentrum machen das ist dann bestimmt bei der bienenkönigin noch mal drei stück schön ich weiß gar nicht mehr das bienenhaus habe ich das jetzt einfach gemacht ein bienenstock das war nur an der berg könnten wir aber ja guck mal den hannikamp kopternägel und veredeltes pols brauchen tue ich gucke mir erst mal den einen an erst mal gucken wir uns den einen an da braucht noch ein bisschen oh ja klar den bleche das ist die doch gleich mit zimmern ja 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 aluminium boden klar den blech so 16 stück sind 4 8 12 ok der ist auch gleich fertig da haben wir gewächshaus und die es ist bienenstück aufgewertet okay dann machen wir doch gleich ein bienenstock zuchtzentrum weil damit kann ich dann auch meine bienenstöcke erweitern weil dann kriege ich wahrscheinlich auch arbeiterbienen also vermute ich jetzt mal gucken lass mich mal die bienenkönigin mal mitnehmen die war ja da glaube ich drin ja ach geil sieht irgendwie schon ganz gescheit aus ach so 8 19 uhr lassen wir mal kurz schlafen gehen ich habe mir mal erlaubt da das alte haus der abgerissen habe habe ich erlaubt nicht mal da oben hinzulegen kurz aber ich muss das nicht mehr ins alte haus laufen das geht schon mal geschrieben ich finde das haus ja auch richtig cool wird doch richtig hübsch gemacht okay lasst uns mal da rein ah guck mal jetzt kam ein teil daneben aha richtig cool so und jetzt okay die bienenkönigin ist jetzt drin der breeding center set attached beheiratet provisierte folgen wie to produce worker bist genau der machte die macht jetzt die arbeitsbienen ja richtig also ich nehme den hier der macht den arbeitsbienen oder ja ja 0,05 ja guck mal jetzt haben wir hier auf dem feld auch bienen was haben wir denn alles drauf sonnenlicht gewächshaus pflanze bewässert grüner daumen reichlich gedüngt was auch gedüngt der sorgt immer grün und die bienen alter sogar dass ich gedüngt habe ich habe schon wieder hunger gucken wir mal ein also noch noch haben sie mir keine bienen gemacht ja ich dachte dann eher so dass wir bienen kommen ja eigentlich breeding ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen weil ich habe ja auch nicht so viele bienenkönigin die wird jetzt eine stunde halten da hatte man muss ich die da oben reinpacken darf ich mal kurz weg nehmen da oben muss ich die reinpacken so da oben reinpacken damit den bienen entstehen und dann muss ich aber hier unten die andere königin mal machen und dann müssten doch jetzt tatsächlich welche gemacht werden 0,05 die minute also er müsste doch jetzt schon längst sein da sein ich glaube ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen durchlaufen der hätte schon längst alle da sein müssen okay würde einfach mal sagen da lassen wir uns überraschen ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen laufen und dann schauen wir mal danke euch fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss